So, den normalen langen Bogen, der kippt uns 13 Gold, ich meine etwas, und die Silberaxt noch mal verkaufen. 825 kriegen wir da leider nur noch. Also, wie schaut es mit Rüstung aus? Vielleicht hat er verzauberte Rüstung. Ne, nicht wirklich. Na, in dem Fall, wie schaut es mit unserer Rüstung eigentlich aus? Ja, es geht noch. Es geht noch. Gut, dann gehen wir jetzt zum Magier und kaufen uns die Potions wieder voll. So, wir sind nach Norden gegangen, also müssen wir jetzt nach Süden. Was ist in Süden? Da ist Süden. Hier. Magier, ich hätte... Wir könnten auch mal schauen, was er so hat. Was hat er denn? Magic Item. Braces of Hope, the Sanctuary, Shocking, Mithril Torque oder Dwarven Brace. Ähm, das Blöde ist, ich kann nicht nachschauen. Was das jetzt ist, also lasse ich es lieber. Ähm, ja, jetzt schauen wir erstmal, wie viele Potions wir haben. Also, Heat Potions und wie viel wir noch kaufen könnten. Healing. Ich würde mal auf 90 kaufen, dann brauche ich 17. Kaufe ich 17 Pauschens of Healing. Obwohl, ich kann auch gleich voll kaufen. Was sind sie denn? Hier. Wie viele waren das jetzt? Also 17 und 19, äh, 26. 20. So. Done. Potion of Healing. Ein Potion of Cure Disease. Und... Wie viele? 4... 64 Potion of Reaction. Kaufe ich mir. So, wir haben genau 10.500 Gold. Ähm, Cure Disease 1. Und dann noch. Free Action. Das haben wir hier. Wie viel habe ich gesagt? 35. Wie habe ich gesagt? 64. Ich hoffe, ich kann das... Ich habe genug Gold. Okay. Warte ich. Jetzt habe ich noch 800 Gold. Ähm... Das könnte ich... In... Cure Poison investieren. Jo, mache ich. Cure Poison. 800 habe ich. Cure Poison. Ich brauche noch ein bisschen Geld fürs Übernachten. Also kaufe ich mir mal... Drei Stück. So. Dann brauche ich jetzt ein In. Nein. Nicht durch mich durchgehen. Äh, leck wieder. So, wo ist das nächste In? Ähm... Ah, hat es mir auf der Karte beschrieben. Äh, dann sehen wir halt mal kurz auf die Karte nach. Hier, Lucky Dagger. Da haben wir es ja. Wo ist der Schankwirt? Da ist er. Get our room. Einfach, es reicht für einen Tag. So, wir akzeptieren. So. Bis wir vollkommen geheilt sind. Zwölf Stunden hat das gedauert. So, wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben es. 3.54 Uhr in der Früh. Wir spenden mal bis, sagen wir... Acht Uhr. Das sind noch fünf Stunden. Dann ist es zwar neun, aber egal. Okay. Völf Stunden noch. So, müsste er reichen. Gereicht haben. Da ist die Tür. Dann machen wir uns jetzt... Hm, was machen wir denn jetzt? Machen wir uns auf dem Weg, einen normalen Dungeon zu durchsuchen. Äh. Dazu müsste ich wissen, wo die Stadttore sind. City Gates. Nordwesten. Danke. So, Nordwesten. Immer schön Nordwesten. Wir sind verwinkelt hier. Da sind zumindest... Ist schon mal die Stadtmauer. Die äußere. Und hier müssten die Stadt... Müsste das Stadttor sein. Ja. 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 Speichern wir. So, jetzt bräuchte ich irgendeinen Typen. Ich gehe einfach mal die Straße lang. Irgendwo. Hier muss es doch wohl... Mal einen Menschen geben, die ich nach dem Weg zum nächsten Dungeon fragen kann. Da. So, wo ist der nächste Dungeon? Im Nordwesten. Okay, danke. Da. Ist aber nicht dieses Gebäude, oder? Nein. Nordwesten, Nordwesten. Ähm. Da war gerade was, oder? Nein. So, was war hier? Ist da drin eine nächste Dungeon? Müsste man erst mal irgendwie reinkommen? Nee, glaube ich nicht. Aber wenn wir hier schon mal eine Person haben, fragen wir die. Von wo aus wir hier weitergehen müssen. Immer noch im Nordwesten. Okay, danke. Dann gehen wir wieder raus. Nordwesten, Nordwesten, ähm. Und was denn haben wir hier? Cool. Ähm. Dungeon, wo bleibst du? Müssen wir wahrscheinlich wieder eine halbe Ewigkeit hier durch die Wildnis rumirren. Durch die Wildnis rumirren. Bis wir einen einzelnen Dungeon gefunden haben. Toll, mehr. Ähm. Keine Ahnung, wieso sich plötzlich die Musik geändert hat. Aber ich glaube, wir haben den Dungeon gefunden. Speicher mal. Oh ja, das ist ein Dungeon. Hier rein. Sorry. Ich weiß nicht, wie du bist, aber du hast einen fettigen Fehler gemacht. Aber man, das kennen wir schon. Das habe ich ja schon mal alles gesagt. Der sagt jetzt, ja, der, äh, droht uns und alles. Und so weiter und so fort. Hä? Ich tötte dich. Das war ein... Oh, 44 Gold hat der. Äh, ein Maze hat er dabei. Das war es auch schon. Ein Spellsword war das. Das ist ein bisschen Gold. Nein. Das hier ist... Ein... Fünf-Gold-Halter-Cups. Ein... 30 Gold, eine Potion. Und ein Säbel. Ja gut, Säbel lassen wir mal. Okay. Gehen wir hier weiter. Oh, schon die Außenwand gefunden. Und die nächste. Karte. Okay. Ähm. Gehen wir da mal rechts rein. Wow, ein Zombie! Nein! Ich will nicht deceased sein. Ah, komm, das reicht erst mal noch. Nein, das reicht nicht. Oh, doch, hat gereicht. Schnell heilen. Cure disease. So. 40 Gold. Und das war's. Scheiß Zombies. Toll, wie komm ich da denn rein? Toll! Ich muss die... Ich muss die echt irgendwie von hier aus öffnen. Oh, ähm. Nein. So. Ja. Okay. Wie öffne ich die blöde Tür? Nein. Nein. Ich will sie doch öffnen. Nein, Mist. Okay, wir lassen es. Wo komme ich sonst noch weiter? Gehen wir da jetzt mal durch die Tür rein. Äh, durch. Hilft dir nicht, wenn wir es nicht öffnen können, können wir es leider nicht öffnen. Hm. Okay. Oh, ein Schatz. 41 Gold und eine Potion. Was zur Hölle? Was ist das? Ist das ein Stab? Ein Troll! Krass. Okay. Dann gehen wir jetzt... Uah! Blöder Org. Ich sag mal, kannst du dafür halten. Da wollte ich hin. Okay. Moment mal. Da ist auch noch was. Das sehen wir uns kurz an. Was? Nach der Hinterhalt, die gibt es hier. So, liebe Frau. 18 Gold hast du dabei. Die Kriegsachs. Und? Ein Spaceword. Okay. Noch ein Schatz. 24 Gold und eine Potion. Und ein Kite Shield, welches wir nicht benötigen. Aber trotzdem. Nein! So, ein. Ja, gut. Brauchen wir gar nichts. Zur Sicherheit. Nochmal. Pause. No Feeling. Und speichern. Okay. Karte. 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 Ist wichtig. Mann, ich würde da gerne rein. Halt, haben wir nicht ein. Yeah. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Yeah. Hat funktioniert. Okay. Bringt mir noch nicht wirklich was. Umsonst. Egal. Ich finde es cool. Äh, wo geht es denn jetzt weiter? Ah, ich bin genau richtig gegangen. Ich will da unten weiter. Ich will da unten weiter. Tja. Du bist zu weit. Äh, direkt von meiner Schnauze gespawnt. Oh, dass ich Angst vor dir hab, äh, gehabt haben könnte. Gehen wir da rechts lang. Erst mal hier. Hier ist nichts. Das finde ich gut. Zumindest irgendwie. Ich hab aus Versehen die falsche getötet. Ich hab aus Versehen. Naja, beides war ein Magier. Okay. Okay. Geht's weiter. Ah, wie schaut's denn aus? Das sind wahrscheinlich wieder vier so viele Ecke, die man durchschauen kann. Wie bei dem einen Dungeon, den wir schon mal hatten. So, und wie komm ich da jetzt so runter? Da hinten ist was. Naja, jetzt muss man wohl warten, bis die Levitation aufhört. Oh, hat aufgehört. Dann rein ins Wasser. Nein, noch nicht. Ich will noch gar nicht raus. Hier ein kleiner Schatz. 73 Gold der Portion. Ein Silberlangschwert. Wie schaut's denn mit dem Silberlangschwert aus? Nein. 2 bis 16. Ah, nee. Hau mal weg. Jep. Droppen. Wieso hab ich einen Maze? Der kommt auch weg. So. Wahrscheinlich hab ich den als Markgillie so mitgenommen. Entschuldigung. Dann mal zurück. Kannst du nicht kinetic? Das war gerade dann ber현. Huh. Mann. 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 Puh. Mann. Mann. Vielen Dank.